Das Land Niederösterreich hat sich in wirklich hervorragender Weise für uns engagiert. Nicht auch zuletzt über seine Wirtschaftsagentur ECO Plus, wofür wir den Dank unseres Unternehmens aussprechen wollen. Die земля Nижняя Авstria замечательно всегда вставала in unsere сторону. Und nicht in der letzten Fall auch die Ökonomische Agenheit ECO Plus. Und wir wollen das Land Niederösterreich выразить благодарность этому предприятию. Herr Abgeordneter zum Nationalrat, Bürgermeister Johann Höfinger, Sie ehren uns mit Ihrer Anwesenheit sehr. Herzlich willkommen. DEPUTATS NATIONALESAVETNIKI MÄR JÖRGEN KÖFINGER Ja, in Tulln wächst offenbar alles gut. Nicht nur die bunten Blumen in der grünen Natur, sondern auch die gesunden Unternehmen. Und deswegen möchten wir dir, liebe Stadt Tulln, ankündigen, dass wir nach nur zweieinhalb Jahren hier bereits mit der Planung eines weiteren Zubaus und der Schaffung zusätzliche Arbeitsplätze beginnen. DEPUTATS NATIONALESAVETNIKI DEPUTATS NATIONALESAVETNIKI Die Bezirkshauptstadt Tulln ist ein optimaler Wirtschaftsstandort. Ich begrüße Sie, Herr Bezirkshauptmann, Mag. Andreas Rimmer und danke Ihnen für Ihre kommen. Herr Pfarrer Eichinger, mit Ihrem Wirken tragen Sie wesentlich zu einem menschlichen Miteinander bei. Ein herzliches Grüß Gott. Herr Bürgermeister, Kommerzialrat Willi Stift, in Tulln ist gut. Besonders gut ist, dass Sie heute hier sind und mit uns feiern. Danke vielmals. Herr Stadtrat Harald Schinner und Herr Stadtamtsdirektor Franz Lasser, Sie ehren uns mit Ihrer Anwesenheit sehr. Ich danke Ihnen, dass Sie heute Zeit für uns haben. Wenn wir zu unserem Betrieb kommen, haben wir jeden Tag vor Augen, wie viele Wege Sie für uns geebnet haben. Und dass Sie auch unserem Weg den besten Namen gegeben haben, den es für uns gibt. Holzsäckerstraße. Der dritte Grund, warum es uns gut geht, von Tulln aus in die weite Welt. Heute feiern wir von Tulln aus in viele Länder, gemeinsam mit unseren neuen Partnern und einem tollen Projekt. Mein Neffe Christian will unseren russischen Partnern etwas ganz Wichtiges sagen. Der dritte Grund, warum es uns gut geht, ist Tulln aus in die weite Welt. Heute, wir feiern mit Tulln aus in vielen Ländern, zusammen mit unseren neuen Partnern und mit unseren neuen Partnern und mit einem tollen Projekt. Mein Bruder Christian, unseren russischen Gästen, jetzt sagen wir etwas sehr wichtiges. Werte Festgäste, Christian ist jung und hat eine großartige Zukunft vor sich. Auch unser Projekt ist jung und wir feiern heute seine Taufe. Wir geben ihm den Namen Aquabionica. Ich schließe mich dem Gruß meines Neffen an. Ich freue mich, dass Sie heute zum Feiern hier sind und mögen wir als Partner für viele Jahre zusammengehören. Für eine gute Zukunft. Werte Festgäste, Christian ist jung und er begeistert. Das ist ein guter Zukunft. Das ist ein guter Zukunft. Wir sind heute als erzüggen. Wir sind erzüggen. Und wir sind erzüggen. Wir sind erzüggen. Und wir sind erzüggen. Ich bin meine Bruder Christian. Ich bin froh, dass Sie heute mit uns. Pferdst du dich. Ja, das ist Aquabionica. Und wir sind auch mit unseren Partnern. Warum es uns gut geht? Der vierte und letzte Grund, weil wir ausgezeichnet sind. Ich präzisiere, es läuft nicht immer alles ausgezeichnet. Wie es so ist mit einer Firmengeschichte, gibt es nicht nur gute Zeiten. Es gibt auch Zeiten, die schwer sind, Hürden, die zu überwinden sind und unerwartete Herausforderungen, die zu meistern sind. Ich erkläre es, dass die Firmengeschichte nicht immer gut geht. In jeder Geschichte, in jeder Firma gibt es nicht nur gute Zeiten. Es gibt Zeiten, die wirklich schwierig sind. Es gibt die Angelegenheiten, die man muss überwinden. Es gibt die, die nicht zu denken, was kommt und was muss überwinden. Einige ist uns dabei, Gott sei Dank, immer gelungen. Wir haben die gute Tradition im Rücken und das gute Ziel vor Augen gehabt. So haben wir den Kurs ausgezeichnet gehalten. Aber es war immer noch etwas, und Gott sei Dank, dass es für unsere Hände ist eine gute Tradition. Aber wir haben vor den Augen ein sehr wichtiges Ziel. Und deswegen haben wir immer noch Kurs gehalten. Jetzt sind wir in einem weiteren Sinne ausgezeichnet. Wir sind ausgezeichnet worden. Haben Sie es sicher gesehen, an der Fassade unseres Bürotrags, das große Staatswappen verliebt vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheit? Die Firma Schinerl Metallbau hat es dann in Kunstvollster Weise extra für uns angefertigt. Lieber Harald Schinerl, ich gratuliere dir und deinem Team für dieses Kunstwerk. Mit Federführend bei der Vorbereitung dieser Auszeichnung war die Wirtschaftskammer Niederösterreich. Ich freue mich, dass ich mich heute auch persönlich für das konsequente und kompetente Engagement der Wirtschaftskammer Niederösterreich bedanken darf. Ich heiße Sie herzlich willkommen, Frau Präsidentin Sonja Zwatzl. Danke, dass Sie da sind. Freitags möchte ich Herrn Vizepräsidenten Dr. Christian Moser von der Wirtschaftskammer Niederösterreich begrüßen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.